die 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 alle Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Format auf meinem Kanal und zwar das beste Intro des Monats vielleicht mache ich auch noch eine Serie die heißt das schlechteste Intro des Monats aber wahrscheinlich nicht und ja also das ist also das beste Intro des Monats für diesen Monat hier oder Cepo ist von XMT Designs oder keine Ahnung wie man es ausspricht auf jeden Fall ja ist für drawzz oder so weiß auch nicht wie man es ausspricht und aber ja und ich hängs dann gleich dran und ja also wie ein Intro sein sollte es sollte die Musik also mit der Musik zusammen passen und es sollte auch gut aussehen in 1080p und ja also ich hängs dann gleich dran und ja das ist meine Meinung ihr könnt ja in den Kommentaren schreiben ob es stimmt oder nicht und wenn ihr denkt euer also euer Intro ist das beste des Monats dann schreibt es in die Kommentare und ja dann will ich sagen war es das dann kommt jetzt das Intro wo und oder wo dort wo Untertitelung. BR 2018